Etwa 50 Millionen leere Plätze in fahrenden Autos täglich gibt es derzeit in Frankreich. Um Autofahrten klimafreundlicher und billiger zu machen, verspricht die französische Regierung nun Prämien von bis zu 200 Euro für Autofahrerinnen und Autofahrer, die Mitfahrgelegenheiten anbieten. Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern auch eine Antwort auf die gestiegenen Treibstoffpreise, sagte Energieministerin Agnes Paniera nachher am Dienstag. Autofahrer, die sich auf einer Plattform für Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz anmelden und innerhalb von drei Monaten zehnmal Mitfahrer mitnehmen, sollen 100 Euro bekommen. Für drei Mitfahrgelegenheiten auf längeren Strecken gibt es ebenfalls 100 Euro, die in Form von Gutscheinen ausgezahlt werden sollen. Die Regierung will für die Förderung der Fahrgemeinschaften 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen. In Frankreich sind Fahrgemeinschaften für Fahrten zur Arbeit bislang nicht sehr verbreitet. Ziel der neuen Initiative ist es, nicht nur Menschen zu erreichen, die aus finanziellen Gründen Mitfahrgelegenheiten anbieten oder nutzen, sondern die Praxis breiter in der Bevölkerung zu verankern. Das erste Mal ist am schwierigsten, meint Olivier Bienet, Chef der Plattform Caros. Etwa 90 Prozent der Autofahrer, die erstmals eine Mitfahrt anbieten, täten dies dann anschließend regelmäßig. Die Regierung will außerdem Gemeinden unterstützen, die Fahrgemeinschaften finanziell fördern, eigene Fahrstreifen und Treffpunkte einrichten. Die Zahl der Mitfahrgelegenheiten soll auf diese Weise von derzeit 900.000 Fahrten pro Monat auf drei Millionen in den kommenden Jahren steigen. Auf diese Weise können laut Transportministerium jährlich etwa 4,5 Millionen Tonnen CO2 gespart werden. Die Zahl der Mitfahrgelegenheiten soll auf diese Weise von derzeit 100.000 Fahrten pro Monat auf drei Millionen Tonnen CO2 gespart werden.